der schnee der schnee fällt nicht hinauf sondern nimmt seinen lauf hinab und bleibt hier liegen noch nie ist er gestiegen er ist in jeder weise in seinem wesen leise von lautheit nicht die kleinste spur glichest doch du ihm nur das rohen und das warten sind seiner überaus zarten eigenheit eigen er lebt im sich hinunterneigen nie kehrt er je dorthin zurück von wo er niederfiel er geht nicht hat kein ziel das still sein ist sein glück der schnee fällt nicht hinauf sondern nimmt seinen lauf hinab und bleibt hier liegen noch nie ist er gestiegen man fragt sich schon warum das eine erwähnung wert ist das schnee nicht aufwärts fällt er ist in jeder weise in seinem wesen leise von lautheit nicht die kleinste spur es ist also deshalb von belang weil der schnee damit das gegenteil vom menschen ist er schwebt herab er ist still alles in allem also genügsam und bescheiden und seine ganze bestimmung ist sich in seine bestimmung wunschlos zu fügen glichest doch du ihm nur wer ist das du wie so oft ein verkapptes lyrisches ich und wir haben es mit einem selbstgespräch zu tun oder soll sich auch jeder andere mensch den schnee zum vorbild nehmen das ruhen und das warten sind seiner überaus zarten eigenheit eigen er lebt im sich hinunterneigen diese vermenschlichung des schnees bekommt jetzt schon fast humoristische züge aber bei den seltenen gelegenheiten in denen man noch erleben darf wie fallender schnee alles in tiefe stille senkt wird man sich vielleicht wie walser wünschen oder auch erleben wie sich diese stille auf das gemüt überträgt nie kehrt er je dorthin zurück von wo er niederfiel er geht nicht hat kein ziel das still sein ist sein glück das ist immer wieder thema in walsers schriften und war wohl auch ein persönliches lebensziel in ruhe gelassen werden und andere in ruhe lassen bloß keine ambitionen keine wünsche keine sehnsüchte auf das war Vielen Dank.